Die erste FSK 18 Community Preview kommt! Yay, nur Erwachsene! Wir zeigen nämlich am 8.11. erstmals auch in der Geschichte von den Community Previews eben nicht nur ein FSK 18 Programm, sondern eben kein Kinofilm, sondern zwei Folgen aus einer TV-Serie, nämlich The Deuce. James Franco und Maggie Gyllenhaal spielen hier die Hauptrollen und das Ganze ist in der Porno-Industrie in den 70er Jahren angelehnt. So die ersten Sex-Kinos machen auf, wie diese ganze Szene irgendwie aufblüht und was da passiert. Und dementsprechend, wenn man schon hört, so okay, eine Geschichte darüber und FSK 18, ist es durchaus wahrscheinlich, dass man dort an diesem Abend auch James Franco nackt zu Gesicht bekommt. Das klingt, glaube ich, für einige auf jeden Fall großartig. Wir zeigen das Ganze im Original mit deutschen Untertiteln, also wirklich vom allerfeinsten ist da Unterhaltung für zwei Stunden geboten. Und einen Drink packen wir auch noch drauf, also ein Softdrink für jeden, falls einem da die Spucke wegbleibt, was man sieht, kann man nachspülen. Und wer vielleicht noch den einen oder anderen Eindruck gebraucht, gibt es natürlich wie immer jetzt bei den Aufrufvideos noch ein bisschen was hinterher. Ihr könnt mitmachen, geht einfach in die Infobox, klickt drauf, seit 18, wir kontrollieren das, wir haben dann diesem Abend eine sehr strenge Tür und freue mich, mit euch da einen geilen Abend zu haben. Ja, ihr wisst schon, wie ich meine, geiler Abend, das wird super. Wie immer alles großartig, macht mit, hinten raus gibt es, wie gesagt, noch eine Szene. Ihr merkt schon, das wird lustig, ne? Jutrup ist er. Also in diesem Sinne freue ich mich, euch am 8.11. im Kölner Filmpalast zu sehen. You could do what they do. I could. What would I? I wouldn't want to make you feel like a thing. You're smarter than you let on. Who's your man? No man. How's that work? Gotta be a little more careful. There's gonna be an opportunity coming your way. It's gonna be good. What am I looking at? In the future. When do we start? Musik